Nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot, ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot, ich bin sowas von tot, ich bin tot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farmville und das ist glaube ich die siebte Folge, wenn ich mich recht im Sinne. Ja, ich glaube es ist sie die Folge und heute werden wir eine Runde wieder farmen. Oh, da ist ein Skelett, habe ich gerade gesehen in meinem Augenwinkel. Bitte weg hier und jetzt drauf. Zack, zack, zack und das Schwert ist eigentlich recht gut. Ach, Damage, ja, ja, geht eigentlich alles in Ordnung. Und wir hatten ja vorhin da drüben Diamanten gefunden, da mache ich jetzt erstmal einen Wegpunkt. Und jetzt sind die irgendwie Monster, letztes Mal waren ja kaum Monster hier, das hat mich ein bisschen erstaunt. Ich mache jetzt erstmal einen Wegpunkt, ah, fuck, wie machen wir das? Ähm, K, nein, J, L, O, nein, fuck, P, nein, nein, weg hier, I, U, nein, N, B, jawohl, B, Waypoint, hä, wir sind ja ein bisschen, egal. Äh, Waypoint name, Dias, Dias, XD, ja, genau das, so, hier sind Dias, Dias, XD, so, und, ja, das sind Dias und ich hatte doch vorhin hier irgendwo, hatte ich, äh, Ding gesehen, Holz, also, ah, ich brauche Essen. Ich habe noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Essen und wir hatten ja einen Zombie gekillt, also, aber wir haben, glaube ich, nichts aufgehoben, aber egal. Ähm, so, und ich bin auch gerade von der Schule heimgekommen, habe eigentlich gar nicht so viel Zeit und habe, äh, merke gerade, dass ich so einen Teil habe, oh, der macht ja, macht ja keinen Schaden dem. Oh, jetzt habe ich ihn gefickt, äh, alle, alle, so, ne, weg hier, oi, oh, danke, ja, also, ähm, also, ich habe kein einziges Holzstück dabei, ich bin natürlich der Obermacker, der Intelligenteste, oh, hier sind gute Sachen alles, kann ich auch nicht abbauen, boah, ich habe, boah, ich habe, boah, ich habe, ich bin so dumm eigentlich, ähm, weil eigentlich auf dem Höhlentrip, da, da nimmt doch jeder Mensch eigentlich, äh, Dings, mit, Eisen, ich habe ja Eisen gefunden, aber kein Holz, ich habe Holz gefunden, aber nicht abgebaut, weil ich einfach zu dumm bin. Ja, jetzt kriegst du auf die Schnauze, du Oberzicke, du Oberzicke, hä, das ist was, das Schwert ist kaputt? Was soll dat denn, bitte? Hä? Nein, ohne Witz jetzt, oh, oha, Ebony, das steht, steht doch manchmal, nein, sag jetzt nicht, äh, das sieht dann irgendwie sehr selten aus, oh, nein, ähm, ich nehme es einfach mal, hä, ah, ja, nein, weg, schnell, ah, bitte, nein, nein, ich habe kein Schwert, doch, ich habe ein Schwert, jetzt, ja, gut, okay, ähm, was ich wegwerfen wollte, ist, äh, das, was ich, äh, die Scheiße, zur Quais, nein, ich habe sie da aufgehauen, nein, doch nicht, na, doch, hä, so, also, so, 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 und, ich, äh, hab den vergessen, den Timer zu setzen, wartet schnell, wartet schnell, ähm, ähm, fuck, ey, fuck, ey, fuck, ey, fuck, ey, so, hier, ähm, stopp, uah, go, so, sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen, und vielleicht, äh, hört im Hintergrund so Leute reden, denn, weil heute ist so ein runder Geburtstag in meiner Familie jemand, und, ja, da sind viele Leute hier, und, äh, ja, aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten, und ich habe keinen Plan, was das ist, aber ich nehme es einfach mal mit, und ich brauche Holz, ich habe eh keine Ahnung, wie ich hier wieder, ha, bin vielleicht von da oben gekommen, ich habe, oh, etwas ist gerade, äh, bei meinem Bruder wahrscheinlich runtergefallen, aber, Leute, bitte, seid doch mal ruhig, so, ähm, ich brauche was, äh, zum, jetzt, zum Essen, aber ich habe, äh, schon Diamantausnahrung verloren, und ich glaube, Freunde, ich werde jetzt den Ausgang suchen, und suchen ist hier die gute, äh, Bedeutung, Bedeutung, die gute Bezeichnung, weil, ich werde das Teil nie wiederfinden, nie wieder, ich bin ein neuer Gronkh, oh, ich habe nur, oh, ich kann nicht so mich hochstecken, oh, Jump'n'Run, was ist da los, oh, ist da nichts gebracht, okay, okay, dann, also, dann brauche ich halt noch mehr, ab von der Kacke hier, so, und, Jump'n'Run, so, oh, hier ist Holz, hier ist Holz, Freunde, hier ist Holz, 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 äh, Andressel, Holz, danke an dich, hier haben sicher ein Spawner oder so, eins, zwei, drei, und, oh, da ist sicher ein Spawner hierhin, vier, schnell weg hier, nein, ich brauche mehr als vier, nein, er kommt da nicht mehr, oh, was ist da hinten, was, oh, ein Handy, 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 oh, oh, nein, schon wieder, hä, Zombie-Spawner, ist das ein Zombie-Spawner, könnte sein, könnte sein, könnte sein, könnte sein, mach dem kaum Schaden, was, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, was, 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 ich bin fast tot, was, warum sind hier so viele Monster, 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 Nein. Oh. Oh mein Gott. Nein. 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 Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Äh. Zubauen. Zubauen. Oh mein Gott. Hä? Da unten sind die das. Ich werde mich einfach nur noch rot untergraben. Oh Freunde. Nein. Nein. Ich muss essen. Ich muss regeln. Ich hab kein Essen mehr. Nein. Ich bin sowas von tot. Freunde. Ich bin sowas von tot. Und es könnte sein, dass die Folge heute ein bisschen hin wie langweilig ich oder so. Aber das kann ich natürlich nichts für, weil die Zombies nerven sowas von. Aber da kann ich natürlich nichts für. Nein. 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 Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Zubauen. Oh. Mein Gott ey. Mein Gott Freunde ey. Es tut mir leid, dass ich kaum reden kann. Ich, 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 ich. Nein. Ich werde nicht mehr. Es tut mir leid. Und ich weiß nicht, ob das heute so eine vollwertige Folge wird. Weil, ähm, ich kann hier kaum reden ohne zu sterben. Und ich hab kein Schwert mehr. Also, äh, Freunde. Doch, ich mach noch schon ein bisschen auf, äh, muntern. Aufmuntern, hä? Aufmuntern, ja. Dann hier. So, ich, ich hab jetzt hier die Übertaktik. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von 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 tot. Ich bin 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 wirklich tot. Nein. Bitte nein. Nein. nein die ja 60 ich habe die letzten folgen einfach nur daran gearbeitet dass was nein die kiste packt rum war ich auch um nein zum glück nicht nein ich hab ich hab nichts mehr die pickaxe ist kaputt ich hab kein koppel bohr nein nein ich muss jetzt einfach ich gehe ist einfach ohne essen oder nichts habe ich essen natürlich habe ich kein essen bohr junge ich baue einfach hier das zeug ab und dann gehe ich mit dem hier das da ist mir nichts gegeben das ist so ein dankbares schwein nein oh mein gott kann ich gut schauspielern schreibt es in die kommentare du kannst gut schauspielern yolo molo so und heute könnte ja ich weiß heute ist vielleicht so ein bisschen sehr eine unproduktive folge und sehr dumme folge vom kommentieren her nicht so spannend ist das vielleicht ja spannend vielleicht schon mal in kacktote und so ich wollte noch etwas anderes machen aber dazu habe ich jetzt auch keine zeit mehr ich muss jetzt einfach nur dahin kommen und ich will einfach meinen sachen noch haben hier dieser folge und mehr will ich eigentlich auch dann auch nicht mehr haben und ich weiß nicht ob man hier vielleicht so ein jetpack oder so geile sachen machen kann wie in anderen sachen kann man natürlich ja schau mal hier rein shit nein jetzt geht nicht schade schade ich habe nämlich keinen plan von diesem modpack und das alles das ja nur so zusammengestelltes teil aber ich habe keinen plan was da soll die säcke die ist das so das ist mein tod das ist mein tod das ist der strahl das ist ein wegpunkt scheiße ist das der wegpunkt das ja für der gleichen dings gedöns ja ja das ist am gleichen ich muss bis jetzt 50 blöcke runter stecken willst du mich eigentlich verarschen willst du mich eigentlich verarschen ich gehe einfach runter zack 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 unproblematisch dies da ist zack zack 26 blöcke das wird das wird eine harte sache freuen solange hier noch ding ich habe keine fackeln nein es wird sehr dunkel und hoffentlich ist da 19 18 das können die ja 15 und hier runter ran hier runter kam weg hier und ich habe die helligkeit auf hell also seht ihr vielleicht noch was nein sind da vielleicht immer noch die ganzen zombies die sind noch hier die sind noch hier nein 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 ich muss hier raus meine freunde ich bin raus nein spaß nein fucking oh warte x so nein ich kann die dinge nicht mehr holen gehen dieser folge und ich kann nicht mehr ich kann ich kann gar nichts mehr ich es ist so als ob es jetzt alles wieder auf null wäre nein ich geh jetzt einfach dann demnächst einfach holzfarmen und dann mache ich mir ein haus und ende so heute einfach bis zum nächsten mal und tschüss das war ja pumpkin tschüss wir sehen uns gleich Vielen Dank.